einen wunderschönen guten tag auch wenn es jetzt schon abends ist und alles und so schön der tag auch noch nicht war weil es einfach die ganze zeit geregnet hat auf jeden fall topspiel zweite bundesliga fortuna düsseldorf ausverkauftes stadion gegen schalk 04 und ja mein tipp ist sieg fortuna wie immer 2 1 tippe ich ja wir werden uns dann jetzt wahrscheinlich im stadion sehen für mich geht es jetzt los und dann sehen wir uns im stadion so im stadion angekommen die schalker sind sehr gut dabei und ja wenn die aufstellung kommt sehen wir uns wieder ja leid ist die tijd von ihm zu schlagen Alle, alle! Alle, alle! Alle, alle! Alle, alle! Daniel! Thun! Den Togindraubreiß, Florian! Karsten Bayer! Metier nummer 6, Yedik! Engelhardt! Die nummer 7, Christos! Unter nummer 8, Isak! Johannesson! Mit der nummer 9, Vincent! Verme! Die nummer 11, Felix! Klaus! Mit der nummer 15, Tim! Oberdorf! Momentan nummer 18, Ember! Ioa! Die nummer 20, Chemiel! Siebert! Die nummer 31, Marcel! Roboter! Siebert! Die nummer 46, Nikol! Bravo, B! Ja! Ich bin! Siebert! 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 Ich bin mega, Kucino! Dachar! Dachar! J mike! Niemg! Afrika! Mit der 47 Stilis! Mit der 46 Stilis! Nur so! Auf gehts auf der 6! Morgen! Alle! Bleib dich alle! Bleib mal eigentlich alle! Bleib mal eigentlich alle! Das ist ein zweites Team, es ist noch nicht auf Tänz. Jetzt ist der nächste Punkt, der Schweizer Krieger, und auch der Marschall von Fortuna Bessero. Das war's für heute. Schalke, bravo! 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 Klaus! Ja! Klaus, bravo! 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 Ja! Klaus, bravo! Klaus, bravo! Klaus, bravo! Klaus, bravo! Klaus, bravo!